Wie kurz standen wir davor, dass der Ukraine-Krieg zu einem Atomkrieg wurde? Neue Informationen der New York Times, die lassen diese Frage in einem ganz neuen Licht erscheinen, denn die New York Times sagt, dass das Weiße Haus im Oktober 2022 davon ausging, dass ein russischer Atomschlag möglicherweise kurz bevorstehen könnte. Und im heutigen Video wollen wir uns mal diese neuen Informationen anschauen und einen Blick darauf werfen, was das Weiße Haus im Jahr 2022 dachte und wie es plante, auf einen möglichen russischen Atomschlag zu reagieren. Im Zentrum des Artikels steht eine Rede, die der amerikanische Präsident Joe Biden am 6. Oktober 2022 in New York gehalten hat. Und zwar vor einem Publikum von Unterstützern der Demokratischen Partei, also der Partei von Joe Biden. Und bei dieser Rede hat Joe Biden ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man das so formulieren kann, und hat darüber gesprochen, dass zum ersten Mal seit der Kuba-Krise die Wahrscheinlichkeit da wäre, dass eine Atombombe gezündet werden könnte in einem Konflikt. Und damit meinte er nicht irgendwie theoretisch irgendwann mal in der Zukunft. Er sprach tatsächlich von der Situation in den kommenden Wochen. Und natürlich ist jetzt die große Frage, wie kam er darauf? Wie kommt ein amerikanischer Präsident dazu, so etwas zu sagen? Und der Grund dafür sind die Informationen, die ihm seine Geheimdienste in den vergangenen Tagen gegeben haben. Also vor diesem 6. Oktober 2022. Die Geheimdienste haben mehrere Informationen, mehrere Gespräche im russischen Militärumkreis aufgezeichnet, wo es in verschiedenen Stufen von Ernsthaftigkeit darum ging, wie denn der Einsatz einer taktischen Atomwaffe aussehen könnte. Eine taktische Atomwaffe, ich möchte es hier nochmal kurz sagen, ist eine vergleichsweise kleine Atomwaffe. Und ich weiß, kleine Atomwaffe ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich selbst. Eine Atomwaffe ist immer massiv. Und die Zerstörung, die eine Atomwaffe anrichtet, ist immer massiv. Aber taktische Atomwaffen sind kleiner als sogenannte strategische Atomwaffen und sind dafür gedacht, dass sie auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden könnten. Also gegen feindliche Soldaten. Nicht dafür gedacht, dass man damit die komplette Zivilisation auslöschen könnte und mit einer Bombe ganze Millionenstädte einäschern könnte. Und wie gesagt, diese Gespräche, die aufgezeichnet wurden, die wurden mal mehr, mal weniger ernstzunehmend geführt. Aber was die Amerikaner verunsicherte, war, dass manche dieser aufgezeichneten Gespräche eben von Einheiten kamen, die dafür verantwortlich wären, diese Atomwaffen zu transportieren oder sie einzusetzen. Und das Gespräch, das die Amerikaner wohl am meisten besorgt hat, war das eines hochrangigen russischen Offiziers, der ganz konkret über die logistischen Anforderungen und den Ablauf gesprochen hat, was man tun müsste, wenn man so eine Atomwaffe auf dem Schlachtfeld einsetzen wollte. Der Artikel sagt auch ganz deutlich, dass Joe Biden darauf hingewiesen hat, dass es kein Beweis gab, dass irgendwelche Massenvernichtungswaffen, also Atomwaffen, irgendwie von Russland in die Ukraine gebracht worden wären oder sich verdächtig bewegt hätten. Aber es gab später weitere Geheimdienstbriefings, eben von der CIA, dass es durchaus Szenarien geben könnte, in denen die Russen wahrscheinlich Atomwaffen einsetzen könnten. Und wir müssen uns dafür zurückversetzen in die Zeit Ende 2022. Der russische Angriff auf Kiew ist gescheitert. Die Russen hatten den Plan, möglichst schnell Kiew einzunehmen und den Krieg in der Ukraine zu Ende zu bringen. Das hat zu diesem Zeitpunkt schon nicht geklappt. Und im Oktober 2022 war es die Ukraine, die die russischen Truppen zurückdrängte. Und zwar massiv. Die russischen Truppen waren nicht darauf eingestellt, sie hatten sich nicht eingegraben, sie hatten keine Verteidigungspositionen ausgehoben und keiner wusste, wie weit die Ukrainer die Russen zurückdrängen konnten. Und in dieser Situation hat die CIA erörtert, dass es vielleicht das Szenario gäbe, dass wenn die Ukrainer die Russen zu weit zurückdrängen und die russischen Fronten komplett einbrechen und, ganz wichtig, die Ukrainer davor wären, die Halbinsel Krim zurückzuerobern, dass in so einem Szenario der Einsatz von Atomwaffen bei 50 Prozent oder sogar höher liegen würde. Und um das zu verstehen, müssen wir uns auch die Krim genauer anschauen und die Bedeutung der Krim. Einmal historisch, einmal strategisch. Die Krim hat lange Zeit zum russischen Zarenreich gehört. Davor gehörte sie zum Osmanischen Reich, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sehen viele russische Nationalisten die Krim immer noch als russisch an. Und nach der illegalen Annexion der Krim 2014 sehen die Russen die Krim auch heute ganz legal als Teil ihres Staates an. Die strategische Bedeutung der Krim ist noch größer. Denn auf der Krim liegt die Stadt Sevastopol und das ist der Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte. Und Russland, wie wir wissen, ist sehr, sehr groß, hat auch sehr lange Küstenabschnitte. Aber was Russland nicht im Überfluss hat, sind eisfreie Häfen. Und Sevastopol ist so einer. Und deswegen ist es unglaublich wichtig für Russland, auch auf geopolitischer Ebene, einen Hafen wie Sevastopol zu halten. Und deswegen wäre ein Verlust der Krim und der Marine-Station bei Sevastopol eine absolute Katastrophe für Russland und für Wladimir Putin. Und ab diesem Punkt könnte man sich vielleicht auch fragen, ob Putins Rückhalt in der Bevölkerung noch so stark wäre oder ob Putin Angst haben müsste, dass er vielleicht nicht mehr der Präsident sein wird auf Dauer. Verstärkt wurden diese Befürchtungen noch von der russischen Propaganda, dass die Ukraine plane, eine sogenannte schmutzige Bombe einzusetzen. Das ist heute schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, diese Propagandalüge. Ganz einfach, weil so viele Propagandalügen von den Russen gestreut wurden. Aber wer sich nicht mehr daran erinnert, die russische Propaganda hat behauptet, die Ukraine stehe davor im Oktober 2022, Russland so massiv zu provozieren, etwa durch den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe. Also einer Bombe, die zwar keine Atombombe ist, aber radioaktives Material nutzen würde, um weite Landesstriche zu verseuchen, zu verstrahlen. Und das hat in diesem Kontext dem Zusammenbruch der russischen Front an manchen Teilen und dem Vorrücken der Ukrainer dazu geführt, dass die Amerikaner Angst hatten, dass die Russen diese Lüge von einer schmutzigen Bombe der Ukrainer praktisch als Ausrede nehmen könnten, um eine taktische Atomwaffe zu zünden. Also wir sehen wirklich viele, viele sehr beunruhigende Faktoren. Und es hat bis heute gedauert, dass wir wirklich erfahren haben, wie ernst das Weiße Haus diese Bedrohungslage wirklich genommen hat. Denn die Amerikaner waren drauf und dran zu planen, wie sie denn reagieren würden, wenn Russland eine taktische Nuklearwaffe zünden würde. Und die New York Times hat mit verschiedenen Regierungsbeamten gesprochen und die haben alle gesagt, die Antwort der Amerikaner auf so einen Atomwaffeneinsatz würde nicht nuklear ausfallen. Also man würde nicht versuchen, auf einen Atomwaffeneinsatz ebenfalls mit Atomwaffen zu reagieren. Aber hier zeigt sich auch schon das Dilemma. Wenn die USA nicht zurückschlagen würden, dann wäre das eine Einladung, nochmal Nuklearwaffen einzusetzen. Nicht nur für Russland, sondern auch für potenzielle andere Staaten, die über taktische Nuklearwaffen verfügen. Deswegen musste hier diese Balance gefunden werden, nicht diesen Atomschlag mit einem Atomschlag zu beantworten und damit zu riskieren, dass die Zivilisation ausgelöscht wird, aber trotzdem stark genug und massiv genug zu reagieren, um Russland oder andere Staaten in Zukunft davor abzustrecken, Nuklearwaffen zu benutzen. Und was da unter anderem wohl im Gespräch war, war ein amerikanischer Militärschlag auf die russische Einheit, die diese Atomwaffe eingesetzt hätte. Also nochmal, wir sprechen hier von so unvorstellbaren und krassen Sachen. Amerikanische Militärschläge auf russische Einheiten, Nuklearwaffeneinsatz. Das alles war im Oktober 2022 für die Amerikaner ein realistisches Szenario. Und deswegen mache ich auch dieses Video, weil es, glaube ich, manchmal wichtig ist, zu wissen, wie knapp wir an Katastrophen vorbeigeschlittert sind und wie dankbar man sein sollte, dass es eben nicht so kam. Interessant ist auch, welche Rolle in diesem Szenario Deutschland gespielt hat und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Der war zu diesem Zeitpunkt nämlich auf dem Weg nach China, um mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu sprechen. Und der wurde von Washington gebrieft, also Olaf Scholz, nicht Xi Jinping. Und man hat ihm praktisch die Informationen weitergegeben. Und Olaf Scholz hat mit der chinesischen Regierung über dieses Szenario gesprochen und hat Xi Jinping nochmal dazu gedrängt, Einfluss auf Russland geltend zu machen und öffentlich zu sagen, dass ein Atomwaffeneinsatz nicht akzeptabel ist und auch nochmal bilateral auf Putin einzuwirken, dass das nicht passieren darf. Xi Jinping hat sich daraufhin tatsächlich öffentlich dazu geäußert und hat gesagt, dass der Einsatz von Atomwaffen auf jeden Fall verhindert werden muss. Ob er nun wirklich auch Direkteinfluss auf Wladimir Putin ausgeübt hat, das wissen wir nicht. US-Präsident Joe Biden hat sich bei Wladimir Putin gemeldet und hat darauf gedrängt, dass sofort ein Krisengespräch anberauend werden muss zwischen Gesandten der Amerikaner und der Russen. Und Wladimir Putin hat daraufhin Sergej Naryshkin losgeschickt. Das ist der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes und der hat sich mit William J. Burns getroffen, dem CIA-Chef. Also muss man sich wieder vorstellen, wir sind wieder wie mitten im Kalten Krieg. Die Chefs der Geheimdienste, der Amerikaner und Russen, treffen sich, um praktisch einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Der russische Unterhändler, also Naryshkin, dachte bei diesem Treffen, es ginge um einen potenziellen Waffenstillstand und hat eben auch die Forderung der Russen unterbreitet, dass sie nur dann bereit wären, einen Waffenstillstand einzugehen, wenn sie die von Russland eroberten Gebiete halten dürften. Und der Amerikaner Burns hat ihm daraufhin erst erklärt, worum es den Amerikanern bei diesem Gespräch denn eigentlich ging und hat klar und deutlich gesagt, was die Amerikaner tun würden, wenn Russland eine Atomwaffe einsetzen würde. Wie sehr er dabei ins Detail ging, das wissen wir natürlich nicht. Aber auf jeden Fall hat Naryshkin anscheinend geschworen, dass er verstanden hat, was die Botschaft ist und dass er sie auch an Putin weitergeben würde. Und gleichzeitig hat er gesagt, dass Wladimir Putin nicht das Interesse daran hätte, den Krieg in der Ukraine zu einem Atomkrieg zu machen. Und wie wir heute, eineinhalb Jahre später wissen, war das dann auch der Fall. Der Ukraine-Krieg ist nicht zu einem Atomkrieg geworden. Der Vorstoß der Ukrainer ist zum Erliegen gekommen und heute haben wir seit vielen, vielen Monaten die Situation, dass weder Russen noch Ukrainer große Gebietsgewinne machen können. Und es sieht also nicht aus, als ob die Ukrainer in der kommenden Zeit irgendwie die Chance hätten, die Krim zurückzuerobern. Wenn es also irgendetwas Gutes gibt, irgendetwas Positives, was man nach dieser unfassbar krassen Geschichte sagen kann, dann vielleicht, dass wir heute nicht mehr dieselbe Situation haben und dass das Risiko für einen russischen Atomschlag hoffentlich geringer ist als damals im Oktober 2022. Wir sind wieder am Ende unseres Videos und ich weiß, ich habe in letzter Zeit öfters über katastrophale Ereignisse geredet, wie eben einen potenziellen Dritten Weltkrieg oder Atomkriege und so weiter. Trotzdem, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir über diese Themen reden, weil sie eben gerade leider aktuell sind. Und weil es wichtig ist, dass wir darüber reden und ich hoffe, dass die Informationen, die ich euch hier in diesen Videos biete, dass die euch helfen können, eure eigene Meinung zu bilden. Also, das wollte ich nur noch mal gesagt haben und ich wollte auch sagen, danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und ciao.